Hallo und herzlich Willkommen auf dem neuen YouTube-Channel von Busch & Müller. Hallo Frank! Hallo Sebastian! Frank, was hast du uns denn heute Schönes mitgebracht? Wir haben heute mitgebracht das neue LED-Rücklicht Secu-Set für normale Bio-Bikes und für Pedelecs E-Bikes. Okay, Secu-Set, neues Rücklicht. Was ist an dem Ding denn so besonders? Also wir sehen drei Dinge als Besonderheit. Okay, dann verraten wir, was das ist. Was ist Nummer eins? Erstens, das Secu-Set ist sehr klein, sehr kompakt geworden. Es baut auch sehr flach, wie man hier im Querschnitt sehr gut sehen kann. Und die Gesamtgröße ist auch sehr kompakt gehalten. Wir haben es halt hier verstanden, ein sehr kleines Rücklicht mit einem integrierten Set-Rückstrahler. Ich wollte gerade sagen, da ist doch ein Z drauf, Frank. Ein Z-Rückstrahler in der Größe, das haben wir hinbekommen? Ja, wir haben die Prismen sehr genau ausgeführt, die das Licht entsprechend reflektieren. Also wir haben sehr gute Reflektionswerte, trotz der kleinen Gesamtfläche, die das Rücklicht abbildet. Und das aktive Licht der LEDs ist im Grunde genommen nicht viel größer, wie auch der gesamte Körper des Rücklichtes. Dann haben wir mit dem einen Ding ganz schön viele Probleme auf einmal gelöst, oder? Ja, es ist tatsächlich so. Laut Gesetzgeber reicht ein Rückstrahler, der ein Z-Prüfzeichen hat, rückwärtig, also nach hinten am Fahrrad aus. Wenn das Ganze jetzt noch kombiniert ist mit einem sehr, sehr schönen Lichtbild, vom aktiven Licht, sind wir tatsächlich sehr, sehr gut aufgestellt. Okay, es ist sehr klein und es ist alles so drin, was man hinten am Rad braucht. Und was ist die zweite Besonderheit? Wir haben einmal die Möglichkeit, das SecuSet am Schutzblech zu montieren, mit diesem Halter, mit diesem Adapter, der mit dem Zubehörbeutel dabei ist. Dann haben wir hier noch über die Gleitschiene die Möglichkeit, den Winkelausgleich zu gestalten am Schutzblech. Und die zweite Befestigungsmöglichkeit ist über diesen Halter, der auch mit dabei ist, und dieser Halter ermöglicht es, das Licht an der Sattelstange, an der Sattelstütze oder der Seitenstrebe zu befestigen. Gleiches Prinzip auch mit der Gleitschiene. Ansonsten von der Befestigung dann an der Stange selbst haben wir einen sehr hochwertigen Kabelbinder mit dabei gepackt, der auch zum Ende hin ganz elegant in dem Halter verschwindet. und sich versteckt. Alles klar, das SecuSet ist also auch ein vielseitiges Montagewunder. Aber jetzt möchte ich auch mal sehen, was da rauskommt. Frank, kannst du das mal leuchten lassen? Was kann es? Also am besten kommt da erstmal Licht raus, ja. Und zwar sehr, sehr schönes Licht. Wir haben hier einmal zwei SecuSets. Eins werde ich jetzt mal bestromen. Das ist ein bisschen umständlich hier vom Greifen. Ich bitte um Nachsicht. Aber so sieht das Ganze ungefähr aus. Ohlala! Wenn das Rücklicht leuchtet. Und die zehn LEDs, die oval angeordnet sind, am äußeren Rand des Rücklichtes, das SecuSet, diese zehn LEDs lassen das Licht und die gesamte Lampe auch größer erscheinen als im unbeleuchteten Zustand. Also noch so einen kleinen Trick, den wir uns hier noch zunutze machen. Können wir uns das Ganze jetzt auch mal in Natura angucken? Selbstverständlich. Wir gehen mit euch jetzt mal in die richtige Dunkelheit. Ah, okay. Und so sieht das Ganze jetzt am Rad aus, auf unserer Lichtstraße, die wir hier in Mainazagen bei uns im Keller eingebaut haben. Genau so ist es. Wir wollen euch mal auch demonstrieren, wie es dann in der Natur aussieht. Und hier im Hause haben wir eine, wie du schon sagst, eine Art Lichtstraße geschaffen, 45 Meter tief, 8 Meter breit. Und auch da können wir natürlich Rücklichter am Rad montiert sehr gut rüberbringen. Ja, super. Es ist klein, es ist vielseitig, es ist hell. Mich hast du überzeugt, Frank. An was für Räder würde ich das denn zum Beispiel anbauen können? Also grundsätzlich an nahezu allen Mountainbikes, die es im Moment gibt. Gerade auch E-Mountainbikes, E-MTBs, die sehr, sehr gefragt sind. Auch die aktuellen Gravelräder, die es mit Dynamo, also auch elektrifiziert gerade, sehr, sehr stark im Markt gibt. Für die ist das an sich ein, wie man sagt, gefundenes Fressen, dieses Licht ideal zu verwenden. Darüber hinaus natürlich an jedem anderen auch Biobike, also sprich Dynamorad. Ich sehe gerade, auf dem Ding steht Plus. Dann hast du da also die Dynamo-Variante vor dir stehen. Und Standlicht hat die sicher auch, ne? So ist es. Plus heißt bei uns im Hause immer, es hat Standlicht. Das kommt in diesem Fall beim Secoset natürlich für die Variante zum Tragen für das Dynamo-Licht. Und das kann ich jetzt auch kaufen, oder? Und wenn ja, wie viel kostet es mich, Frank? Also wenn du dem gut sortierten Fahrradfachhändler vorher 24,90 Euro in die Hand drückst, kannst du es bekommen. Es ist ab diesem Herbst verfügbar. Wunderbar, Frank. Vielen Dank für die Produktvorstellung. Vielen Dank, Sebastian. Und vielen Dank allen Zuschauern. Und wir würden uns freuen, wenn ihr euch für Produkte von uns bei Busch & Müller interessiert. Auch in Zukunft. Denn wir werden auf diesem Kanal noch einiges Neues zeigen. Vielleicht abonniert ihr uns ja auch. Herzlichen Dank an euch.